Glauben Sie an das Böse? Ja. Es gibt Hinweise auf Bougul in sämtlichen Kulturen. Er ernährt sich vom Verderben der Unschuld. Und es gibt immer eine Art der Aufzeige. Ein Bild. Literatur. Musik. Siehst du ihn? Ihre Familie ist in Gefahr. Gehörst du ihm? Bitte nacht, Daddy. Gehörst du ihm?